Oh mein Gott, das Spiel hat so viele lustige Dinge. Oh, Zufall. Naja, wir müssen eh noch diesen Hebel da oben betätigen, damit dieses Tor aufgeht. Und zwar, indem wir genau diesen Hebel hier betätigen. Genau diesen. Ganz genau diesen. Wo sind die denn? Da, zum Beispiel. Muss noch einer. Da. Und das da bringe ich mal. Jetzt. Warum? Warum? Soll doch nur explodieren. Wir nehmen mal die hier wieder. Die haben wir keine Munition, deswegen hat die Waffe gewechselt. Nehmen wir die. Und das mit der einen Truhe da oben, das nefft mich auch. Minimal. Das ist halt schon blöd. Es gibt bestimmt irgendeine Errungenschaft. Und Punkte vor allem. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Oh, hier ist noch ne Kiste. Er macht das wenigstens. Auch wenn's im ersten Moment nicht danach aussieht. Aber ich möchte auch, dass er das hier macht. Macht das hier. Mann, no. Guck mal grad, ob da noch drüben irgendwelche Kisten sind. Ob ich von hier aus irgendwo noch hinkomme. Also irgendwas sie oder sonstiges. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Trotzdem muss das ja irgendwie hier... Oh, wie hat denn das jetzt funktioniert? Was ist denn jetzt los? Was ist nur... Kann ich die kaputt machen? Oh, ich kann die wirklich kaputt machen. Ja, warum auch nicht, ne? Jetzt... Lon? Schon irgendwie... Cool? Ah! Ist aber schön, dass ich da über diesen komischen Körper gefahren bin. Ach, mach du das doch alles. Ich guck einfach nur zu, okay? Ich dachte schon, er hätte auf mich geschossen. Aber nein, das war, glaub ich, dieser Brust-Heini-Typi. Das ist wieder so ein entfliegender Heini. Es wäre schön, wenn Cabot den erledigen würde, weil der machte einfach wesentlich mehr Schaden. Wo ist der da? Ist er? So, erledigt. Gut. Hallo, Cabot. Oh, nein. Du schießt immer noch auf wen. Okay. Das ist also dead. Für die Nicht-Sehen-Statue, für die Nichts-Hören, für Nichts-Sagen. Ne, dann machen wir mal Nichts-Sehen. Okay, machen wir mal für Nichts-Sehen. Okay. Let the quest for Boonie beginn. Get going, Wade. Don't worry about me. I work in Videogames. See no evil. Purple. The color of Nightshade. My favorite flower. This is the last place I expected to spin so far. Okay. Ich bin gespannt. Ich kann's... Ich weiß nicht, was hier passiert, ne? Wir müssen die wahrscheinlich alle. Also, wir müssen... Ja. Ach, Deadpool. Bist schon cool. Aha. Ich glaub, ich muss jetzt da rüber, oder? Obwohl da ist so ein komisches Einhorn-Gedöns. Ich hoffe, ich komm da hin. Wir, wenn nicht. Warte. Äh. So, jetzt. Wuhu. Der Einkist, das regt mich immer noch auf. War hier nicht irgendwie... Regenbogen? Vielleicht hab ich mir den auch eingebettet. Das kann natürlich auch sein. Und hier hin? Oh, da ist nochmal ne Kiste. Egal. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie ich... Ich hab wahrscheinlich die Möglichkeit, an diese Kiste ranzukommen. Aber ich werde saut. Hör auf mit diesen Kisten. Hey, das ist noch warm. Für das letzte Mal, 1138, nicht mixen deine DNA mit den Samples. Eine dieser Kisten könnte die DNA-DNA-Chain. Die klingen nicht wie Zombies. Irgendwie... Da geht's anscheinend weiter, aber hier ist trotzdem noch was. Ist einfach nur zum Runter. Es ist... Ah, hier ist auch noch ne Kiste. Die ich jetzt schon wieder nicht öffnen kann. Doch, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst. Ich hab vergessen, dass ich ein Stückchen weiter zur Seite hätte gehen müssen. Ich hab mich schon gewundert, hä, wo ist denn das grüne Licht denn? Ich hoffe nur, die drehen sich nicht um. Okay, irgendwer hat sich umgedreht. Oder mich gesehen, ich weiß es nicht. Oh nein, da sind schon wieder irgendwo... Welche, die geschützt werden. Genau, zum Beispiel durch dich. Wow. So, erledigt. Kann ich dich erledigen? Ohne, dass du irgendwelche Vorteile davon hast. Irgendwie währenddessen. Oh. Irgendwo ist hier noch unten einer. Ah, da. Ist er da mehr noch? Hallo? Nö, ich glaub nicht. Weiß ich nicht. Selbst wenn, ich geh da noch hin. Guck mich hier noch ein bisschen um. Okay, hier seh ich soweit nichts. Aber hier ist... Ach, ist derselbe Ort. Okay. Wo ist er? Da ist er. Ich liebe die Maschinenpistolen irgendwie. Ah, die sind schon cool. Wo ist... Da. Ich hab kaum noch Munition für die... Schade, schade, schade. Oh, warte. Dafür reicht es. So, nächste Waffe. Die ich nehmen kann. Und ich werde aber erstmal... Warte mal, ich muss den erstmal... Ich muss die erstmal erledigen hier. Wo denn noch? Ach da, warte. Ich hab da irgendwo... Wo bist du? Ich weiß, du bist noch da. Da bist du. Jetzt nicht mehr. Gut. Ähm. Erstmal hier gucken. Was gibt's denn da für neue Verbesserungen? Ja, kann ich mir holen. Was ist das denn? Halte den Abzug für einen mächtigen Schuss. Und das kann ich mir auch holen ohne Probleme. Was haben wir hier? Ach, ich hol ihn mir einfach mal. Jo, ich hatte ja mehr als genug. Also von daher, da hab ich ja jetzt erstmal alles. Da hab ich jetzt noch ein paar weitere Sachen. Die kann ich noch verbessern. Gut. Also bei denen hab ich irgendwie das Gefühl, als würde er die mit der Waffe pulverisieren. Der ist irgendwo dort. Ja, das ist aber nicht mit Motorboot gemeint. Oh, das ist aber nett. Oh, das ist aber nett. Ja, 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 das ist so schlecht. Oh Mann, was für eine coole Fahrt. Ja, das ist aber so nett. Ja, das ist so nett. Man, ich bereue es immer noch, dass ich bei ihr keine Leertaste gedrückt habe. Weil ich es einfach viel zu spät gesehen habe. Ah, dass ich so... Guck mal, da sind Kisten. Kisten, die ich hoffentlich öffnen kann. Na komm. Na komm. Na komm. Puh. Puh. Da ist auch eine Kiste. Puh. Okay, ich bin gespannt. Oh, Deadpulio, the amazing! I am Deadpulio! Prepare for the ultimate battle! Rock! Was schlägt Stein? Na eh, Papier. Was schlägt Bär? Ninja! Oh. Cowboy. Was schlägt Kakerlake? Nichts! Eisfeuer. You won! The chosen one must have cheated, you cheater! Two tests remain. Okay, interessante Prüfungen. Sehr interessante Prüfungen. Ich denke mal, hier kann ich einfach weitergehen und gucken. Oh, shiny! Komm, taste dad! Oh nein, es ist der Content-Werner, die wir uns in unser Spiel geben lassen. Es ist... ...hierig. You are supposed to be the Pizza-Delivery-Guy from my apartment in Level 1! Ha ha ha! Hey, uh, we got pepperoni and sausage-pizza, pineapple and bacon-pizza, cream cheese and nachos-pizza, we got chocolate and pepper-potter-pizza, we got fish-head-pizza, we got salt and snail-pizza, we got roadkill on a tire-pizza, we got nacho-pizza, we got nacho-pizza, with orange-chapazes, Wow, nein, verdammt, ich bin... Oh nein, oh nein, oh verdammt. Ich hab zu spät B gedrückt, toll. Hab ich gut gemacht, ne? Oh nein, das alles nochmal machen. Nee, wisst ihr was? Ja, komm, red noch weiter. Achso, doch nicht, okay. Ich werde jetzt einfach einen Schnitt setzen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge da wieder, wo ich gestorben bin. Bis dann, dann tschüss, eure Tay.